Wir haben einen schönen Doppel-Vektor gemacht. Stefan war heute ziemlich schnell, und Lorenz hatte schon einige Erfahrung hier an der Track. Für Oli und mir war die Track neu und das Team auch. Ich denke, es war ein sehr schöner Start in der Saison. Wir sind natürlich zufrieden mit dem Doppel-Sieg für WRT. Ich habe mich gefreut für das ganze Team. Wir haben sehr hart gearbeitet die letzten Tage und besonders die Mechaniker. Dass wir jetzt auf 1 und 2 angekommen sind, ist eine gute Belohnung und ein guter Saisonstart.